Nummer 5. Es handelt sich um einen Hochleistungsturm-Lautsprecher, mit dem Sie jederzeit die bestmögliche Klangqualität erzielen können. Es ist ein System, das Ihnen immer eine hervorragende Klangqualität bietet. Er verfügt über Bluetooth, NFC und USB-Anschlüsse für maximale Vielseitigkeit. Seine Gesamtleistung beträgt 120 Watt, was ihm eine großartige Klangqualität verleiht und voll und ganz dem entspricht, was Sie für Ihr Zuhause suchen. Er ist schwarz und hat ein sehr elegantes Design, das sich perfekt in alle Ihre Räume einfügt. Außerdem verfügt er über einen CD-Player für größtmögliche Vielseitigkeit. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Dieser Tower-Lautsprecher verfügt auch über einen CD-Player. Sie können Ihre Lieblingsmusik kabellos von jedem über Bluetooth verbundenen Gerät abspielen. Das Kopplungssystem ist ganz einfach, und Sie können ihn in Sekundenschnelle anschließen, um Ihre Lieblingsmusik zu hören. Er verfügt über eine praktische Fernbedienung, mit der Sie ihn leicht steuern können, und er hat auch einen AUX-Eingang für einen einfachen Kabelanschluss. Er ist ein sehr stilvolles Modell, das perfekt in alle Ihre Räume passt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Es handelt sich um ein sehr praktisches Modell, mit dem Sie auf sehr einfache Weise eine hervorragende Klangqualität erzielen können. Er kann über das Audioausgangskabel problemlos mit einem anderen ähnlichen Tower gekoppelt werden, doch in diesen Fällen übernimmt der Haupttower weiterhin die Steuerung. Er eignet sich perfekt für den Anschluss an ein Heimkino, aber auch an jedes andere Gerät über Bluetooth oder einen optischen Audioeingang. Ein USB-Stick kann angeschlossen werden, so dass Sie Ihre Musik auf sehr bequeme Weise hören können. Er verfügt über ein FM-Radio, mit dem Sie Ihre Lieblingsradiosender empfangen können. Über den USB-Anschluss lässt er sich leicht wieder aufladen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Dieser Bluetooth-Tower-Lautsprecher bietet dank seiner 240-Watt-Leistung einen kraftvollen Sound. Er verfügt über einen Bassregler, der für ein wirklich einzigartiges und außergewöhnliches Klangerlebnis sorgt. In Kombination mit zwei Mitten und zwei Bässen erhalten Sie eine nie dagewesene Klangqualität. Dank der Tasten auf der Oberseite ist er sehr einfach zu bedienen. Außerdem verfügt er über einen eingebauten FM-Tuner, damit Sie Ihre Lieblingsradiosender hören können. Für zusätzlichen Komfort können Sie neben Bluetooth auch Ihre Musik von einem USB-Stick, einer SD-Karte oder über einen 3,5mm-Audioeingang abspielen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Dies ist ein multifunktionaler Tower-Lautsprecher, der eine Audioleistung von 40 Watt bietet. Er ist kompatibel mit den Standards Bluetooth 2.1, 3.0, 4.0 und EDR. Er kann auch MP3-Dateien von USB- oder Microstick-Karten abspielen und verfügt über einen FM-Tuner, um Ihre Lieblingssender zu hören. Der Frequenzgang seiner Lautsprecher liegt bei 60 Hertz und 20 Kilohertz, was Ihnen die höchste Klangqualität bietet. Er verfügt über eine LED-Status-Kontrollleuchte und eine Fernbedienung, so dass Sie ihn von überall aus steuern können, ohne in der Nähe des Geräts zu sein. Er verfügt über einen 3,5mm-Aux-Anschluss, so dass Sie Geräte direkt per Kabel anschließen können. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017